So und Tess will kommen zu einer Runde, äh was spiele ich? Skyboard Ist ihm besser Gold oder Kette? Hm egal Wird sowieso gleich wieder sterben So, so, so Äh, wieder runter Oh, Dia Okay Die Dia ist auf jeden Fall besser Was soll hier um eine Spitzhacke? Achso ich brauche ja eine Eisenspitzhacke Ich muss ein Draft Table Eiser Eine Eisenspitzhacke brauche ich Jetzt schnell ein Tierschwert Jetzt schnell ein Tierschwert Jetzt schnell ein Tierschwert So So Ich habe schon mal ein Dierschwert Da kommt der eine an Da kommt keiner Ah Das ist die ja gut ok schauen wir mal nach der nächsten runde aber ich denke mal diesmal war schon ein bisschen besser aber die haben ja diesmal auch ein bisschen mehr zeit gelassen so dass ich mal was machen konnte so schauen wir mal ob es jetzt besser klappt nochmal ein bisschen umschauen was schönes hier gibt ja hier war ja schon ach bitte da ist ein schau mal nach Eisengold mit einem Eisen packen wir die wieder zurück das kommt da hin ach den brauchen wir auch erstmal nicht schauen wir mal unten nach was da ein schönes drin ist gold ich habe auch keine Schuhe so so wenn wir das 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 und das schauen ob einer kommt ne wo ist hier ein kraftteil wo ist da oben ah hier ist er ok machen wir einmal hier eine Spitzhacke und das weg das brauche ich auch nicht mehr äh den Rest ne das brauche ich auch nicht so den Rest kann ich denke ich mal gebrauchen oh die ist die die Nein, okay. Da kommt keiner. Dann machen wir jetzt mal. Ah, was machen wir noch? Ein Tür hängen. So. Und halt. Jetzt packen wir weg. Wo die Kiste? Immer schön aufräumen. Eigentlich hier oben noch. Ach, hier ist noch eine Kiste. Hat man es doch mir gesagt, wenn das hier noch eine Kiste ist. Eisenstiefel und Eisenbrust. Dann habe ich ja das richtige. Obwohl, Eisenbrust habe ich ja schon. Eine Enderperle? Auch schön. Ich überlege eigentlich so lange. Als ein Kompass. Vielleicht kann ich den ja auch nicht brauchen. Das war nichts. Hm. Oh. Lol. Ich habe mich kaputt gelacht, wenn ich da jetzt runter gefallen wäre. Ja. Wo bin ich eigentlich hier dann? Ach, egal. Man muss mich nicht verstehen. Ich verstehe mich auch nicht immer. Ich verstehe mich auch nicht immer. Ich muss erstmal, dass ich mich zu einem rüber baue. Sonst bin ich immer schon vorgestorben. Und hier ist keiner, wa? Goldhelm. Hm. Na, dann kann ich auch die Dias wegnehmen. Wieso keiner hier war? Der fällt mir diesmal nicht runter. Okay. Was brauchte ich denn eigentlich? Immer eine Bierhose. Ich werde nicht wieder so lange kämpfen. Ich musste mich weiter aus. So. Da war ja nichts mehr mit Dias. So. 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 继 Libraryzus žease. Da kam einer davon hinten. Ok. Ich hab ja noch ne Ender Perle gehabt. Naja. So. Dann schauen wir mal. Wer hier gewinnt. 4 Spieler leben noch. Options slacken. 2 places life in 2 gereing end. Kann man sich nicht zudem immerhin porten? Der hat mich gekillt. Hilfe, wird er ja schlecht bei. Ach da ist er, im Baum. Das ist noch einer. Hey. Wollen wir mal schauen wo der andere ist? Der durchforstet die anderen Plätze. Der komplett hier. Und den Diaschwert auch. Ach der ist in der Mitte. In der Mitte. Ich denke mal das ist gleich vorbei das Match. Das geht bestimmt jetzt ganz schnell. Okay. 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 Will er den Baum abfackeln? Es wird schon nachts Auch mal rein Ich hoffe der da unten gewinnt, da baut sich da oben einen Wein Hmmm Was soll das werden? Das war eh ja noch nicht mal Junge Was soll das werden? Was soll das werden? Was soll das werden? Was soll das werden? Direkt da Jetzt ist er tot Was soll das werden? Ich denke mal gleich wird einer von den beiden liefen Ich denke mal eher da unten Was soll das werden? Ich denke mal Ich denke mal Ja Soll ich das jetzt zum Ende laufen lassen? Was soll das werden? Was soll das werden? Ich denke mal Ich denke mal Ich denke mal Ich denke mal Na egal, man kann ja sicher importen, das ist der hier unten und ne das ist der, der oben war. Leute, ich mache hier aus, bei meinem Flamm rein. Ich hoffe euch hat die Folge gefallen, ich war mal ein bisschen besser wie sonst. Ich denke mal, wenn ich das noch öfter spielen würde, wäre ich vielleicht noch besser. Ich möchte wieder Rage Mode spielen, aber es geht irgendwie nicht. Ich komme wohl auf 1.8 umgestellt und irgendwie hat da jetzt keinen Rage Mode mehr. Zumindest bei mir. Na egal, ich hoffe euch hat die Folge gefallen und ich freue mich, wenn ihr am nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Bye, bye.